Jo moin und ein ganz recht herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einer ganz besonderen kleinen Panzer Review, denn das hier ist mein Premium Panzer aus Versehen. Nicht, dass ich ihn aus Versehen gekauft hätte, aber ich wusste letzten Endes nichts mit meinen Golden Eagles anzufangen, also habe ich ihn gekauft. Warum? Naja, ich mag Jumbo Sharmans an sich und ich hatte auch noch keinen Jumbo Sherman generell, also auch noch keinen Tech Tree und habe mir gedacht, ich probiere das Ding mal aus. Und ich kann euch sagen, es lohnt sich. Das Fahrzeug ist sehr gut, das Ding kann ich auch ausdrücklich für Anfänger empfehlen, das sage ich gleich vorweg, weil der Umgang mit den Dingen sehr einfach ist und der Panzer wirklich auf seinem Battle Rating richtig, richtig gut ist. Wir schauen zuallererst mal kurz in den Tech Tree rein, denn wir sehen, das Fahrzeug befindet sich hier auf Battle Rating 4.7, genauso wie das Gegenstück aus dem normalen Tech Tree. Es handelt sich auch hier original komplett um einen M4A3 E2. Es ist dasselbe Fahrzeug, es ist nur ein besonderes Fahrzeug, ja, ein historisches Fahrzeug, das bei der Befreiung von Frankreich von den Amerikanern, damals von den nationalsozialistischen deutschen Truppen eine Rolle gespielt hat. Wir sehen es hier, First in Bastogne, das war so der erste Panzer, der in Bastogne eingerollt ist und hat somit eine Rolle hier in War Thunder gefunden. Wir schauen uns einfach mal die Daten zum Fahrzeug an, was die Step Card so sagt. Wir verfügen also zum einen über das normale Hauptgeschütz, die 7,6 cm Kanone, dann ist doch eine 7,6, oder? Oder erzähle ich Mist? 7,5, Entschuldigung, 7,5, nicht 7,6, die Sowjets sind 7,6 meistens. Ja, dann haben wir hier oben ein Browning und wir haben hier noch ein Coaxial-MG, weil hier ist der Rechtsschütze, das ist die Optik. Wir haben also eine Tonbillrate von 17,5 Grad die Sekunde, das ist recht ordentlich, damit lässt sich gut arbeiten. Wir haben einen Richtwinkel von minus 10 bis plus 25 Grad, das ist hervorragend. Wir haben 6,3 Sekunden Reload, das ist auch sehr gut, das fühlt sich also nicht so an in einigen Situationen, als ob es zu lang wäre. Ihr seid auch manchmal gefühlt schneller als die meisten sowjetischen Panzer, dieses Battle-Ratings. Dann kommen wir zum Thema Panzerung. Wir sehen also, hier ist es aufgeführt, regulär erstmal an der Front 101, dann an der Seite 76 und hinten 38. Zur Wandpanzerung muss man sagen, es befindet sich quasi eine kleine Platte von 38,1. Millimeter Stärke auf der regulären Panzerplatte von 63,5 Millimeter Stärke und somit ergibt sich halt diese Gesamtpanzerstärke von 101. In den Seiten haben wir und auch hinten einzelne reguläre Platten mit besagten Stärken von 76 und 38. Ihr müsst aber aufpassen, im unteren Bereich der Wanne ist hier die Panzerung nur 38,1 Millimeter dick. Wenn ihr das Fahrzeug also irgendwie anwinkelt, dann rechnet damit, dass findige Leute immer versuchen werden, euch hier unten durch die Wanne zu schießen. Solltet ihr natürlich hier so einen Schutthaufen vorhaben oder so, dann seid ihr leicht angewinkelt, auch ein extrem schwer zu knackendes Ziel. Weil wir sehen hier effektiv 303 und wenn wir hier gucken, ja gut, die Effektivität ergibt sich dadurch, dass hier unter noch eine ist, deswegen zeigt er das nicht ganz so korrekt an. So, einen Turm haben wir rund um 152 Millimeter, außer vorne, da haben wir 177. Ja, ist also extrem schwer zu durchschlagen, selbst wenn man aus dem Winkel drauf schießt, bin ich schon abgeprallt. Hier oben könnte man denken, ja okay, das ist wahrscheinlich auch dünn, aber es ist nicht so dünn. Es hat immer noch eine Stärke von 63,5 und wenn wir jetzt genau davor stehen würden, haben wir hier eine Stärke von 135. Ist also nicht so easy zu durchschlagen. Ja, die Kuppel hingegen, da könnt ihr locker durchschießen. Das ist also nicht so der enorme Widerstand. Und, ja, von oben ist es übrigens auch nicht so sonderlich dick, da haben wir nur 19,5. Geht aber, ist okay. Ja, was haben wir noch so für interessante Werte? Wir haben ein Gewicht von insgesamt 37,8 Tonnen und 500 PS. Und eine Geschwindigkeit von 35 kmh und ich kann euch sagen, die Leistung ist super aufgeteilt. Wir sehen, wir haben die breiten Ketten, das Fahrzeug beschleunigt, okay. Und es kommt auch im Gelände im Gras an seine 35 kmh heran und ist relativ agil dafür, dass es halt recht schwer gepanzert ist. Die Durchschlagsleistung, da gehen wir mal einfach mal in die Multiplikation. Die Durchschlagsleistung ist bei den einzelnen Munitionstypen so, dass wir hier also haben, das ist die normale M72-Shot-Munition. Die hat also eine Durchschlagsleistung von, ja, auf 100 Metern, 109 Millimeter, bei einem Winkel von 90 Grad. Und das ist schon recht okay, ihr könnt damit wirklich bei den meisten Leuten richtig kräftig einmal durchlatzen. Dann haben wir hier noch die M61-Shot-Munition, die hat lediglich eine Pen von 90 Millimetern. Hat aber ein TNT-Äquivalent von 63,7 Gramm, das ist ganz okay. Das ist, glaube ich, bei der 72er... Ach, da haben wir gar nichts. Okay, dann ist es wahrscheinlich ein reines Wuchtgeschoss, Entschuldigung. T45, das ist... Shot-Munition. Ja, das ist auch reine Hartkerngranate, 143 Millimeter. Die empfehle ich auf jeden Fall mitzunehmen, die ist ganz wichtig. Einfach, weil ihr damit, ja, harte Ziele wie Tiger und so sehr gut durchschlagen könnt. Ihr werdet sie nicht mit einem Schuss rausnehmen, aber ihr werdet sie auf jeden Fall kampfunfähig schießen können. Indem ihr so gezielt zum Beispiel dann einzelne Leute aus dem Panzer rausschießt, Schützen, Kommandanten, Fahrer, je nach Situation. Was haben wir noch so interessantes? Module. Wir sehen also hier was ganz, ganz wunderschönes, das ist mein Ernst, nämlich, dass die Munition hier unten drin ist. Es befindet sich keine Munition im Turm oder in der oberen Wanne. Das macht es also extrem schwer, diesen Panzer zu ammo racken, also hier unten reinzuschießen und dann das ganze Panzer hochgeht. Was wir aber sehen, ist, dass die Jungs hier im Turm relativ dicht beisammen sind. Wenn euch was im Turm durchschlägt, dann zieht es euch mindestens zwei Leute auf einmal raus in der Regel. Ja, was wir hinten sehen, ist weniger geil. Wir haben hier die Tanks, den Motor und den Kühler. Das Ganze ist relativ dicht beisammen, wenn ihr in die Luft fliegt und euch einer ins Heck schießt. Das ist ziemlich das, was am häufigsten passiert. Was ist das hier? Achso, die Funkausrüstung, das ist nicht ganz so wichtig. Ja, soviel erstmal zur Theorie. Ich habe ein nettes Replay vorbereitet, was ich hierfür aufgenommen habe und das werden wir uns jetzt mal anschauen. Ja, und da sind wir auch schon auf der Karte Novosiersk. Novosiersk, oder wie sich das nennt. Eine Karte, die also relativ selten ist. Ja, lasst euch nicht davon irritieren, dass meine Verbündeten hier rot angezeigt werden und das Rote auch wirklich unser Ticket-Counter ist. Blau, der Feind ist. Eigentlich habe ich das anders eingestellt, aber es taucht im Replay einfach nur so auf. Keine Ahnung, das muss wahrscheinlich irgendwas mit dem letzten Patch zu tun haben. Naja gut, was wir hier sehen ist, dass der Panzer eigentlich für genau diese Art von Kampf hier gemacht ist. Er ist also hervorragend für den Häuserkampf geeignet. Und als allererstes bringen wir uns in Stellung. Ich gucke hier so ein bisschen rum. Nebenbei bin ich mit dem Auge auf der Karte, so welchen Weg ich denn wohl fahre. Und ja, der Panzer, wie man sieht, ist relativ mobil. Dafür, dass er recht schwer ist, trotz dass ich hier viel umherlenke, bin ich relativ gut unterwegs. Oben links sehen wir ja die KMH. Da gibt es einige, die da schlechter performen. Sowohl in Sachen Beschleunigung als auch von der Geschwindigkeit her. Ja, und jetzt warten wir einfach mal ab. Bis sich so das Ganze hier langsam entwickelt. Ich habe jetzt so ungefähr die Straße gefunden, in die ich so rein will. Und werde jetzt erstmal auf diese Straße zufahren. Generell gilt immer an Häuserecken vorsichtig sein und gucken, okay, da sehe ich den M6. Und ich sehe, dass er da alleine fährt. Ich habe beschlossen, den M6 zu unterstützen. Und bin jetzt hinter ihm hergefahren. Das ist auch etwas, was ihr mit dem Panzer hier sehr gut machen könnt. Andere Fahrzeuge unterstützen. Weil ihr Panzerung habt. Ihr könnt andere Fahrzeuge quasi immer so ein bisschen schilden. Ihr habt mehr Panzerung. Zum Beispiel der Kollege mit dem M10, der fährt mir jetzt hinterher. Weil er ganz genau weiß, okay, er hat mehr Panzerung. Falls da was kommt, dann fängt er das auf jeden Fall ab. Und jetzt bin ich auf dem Weg zum M10. Ich sehe der M10. Da sehen wir ganz viele Panzer. Habe ich M10 gesagt? Ich meinte M6. Das war der erste Kill. Das ging daneben. Da weiß ich nicht, wo das hingegen. Jetzt seht ihr, ich winke meine Panzerung ein bisschen an. Und jetzt habe ich da nichts mehr gesehen. Weil der M6, nicht M10, wie ich vorher sagte, sich das Fahrzeug geholt hat. Und er rückt jetzt weiter vor. Ich gucke hier mal so runter. Da war ein Ziel, auf das ich sogar hätte wirken können. Aber das habe ich irgendwie nicht gesehen. Ich fahre dann weiter. Und ich habe überlegt, ob ich zurück an diese Ecke fahre. Und habe dann gesehen, okay, die beziehen Darstellung. Und hier ist so ein Zwischenweg. An diesem Punkt hätte es komplett sein können, dass da Gegnerfahrzeuge durchkommen. Habe hier also geguckt. Ich habe gesehen, okay, er deckt da. Der M10 deckt die Seite. Der M6 steht da vorne. Also habe ich beschlossen, kurz einfach hier stehen zu bleiben. Für den Fall, dass tatsächlich sich doch einer durch die Häuser durchstecken würde. Mit einem besonders kleinen Panzer kann das funktionieren. Und ich behalte aber so ein bisschen meinen Blick so, dass ich nach vorne fahre. An dem Punkt habe ich beschlossen, okay, da wird wahrscheinlich nichts kommen. Ich schaue nach vorne. Der Kollege guckt nach links. Ich gucke nach vorne. Denn es kann gut sein, dass dort hinten hinter der Ecke jemand lauert und nur darauf wartet, dass ich zum Beispiel weggucke. Und er würde dann vorfahren und auf den Gegner wirken oder auf ihn schießen. Das ist eine Situation, die häufig vorkommt. Weil viele Gegner einfach darauf warten, dass du einen Fehler machst. So, er fährt da rein. Ich habe gesehen, da sind einige von uns. Also, pushe ich weiter. Ich habe beschlossen, ich gucke mal, ob ich Feinde finde. Ich schiebe so ein bisschen voran. Da habe ich rechts den Schuss gesehen. Okay, da weiß ich. Da muss ein Feindpanzer sein. Ich schaue mal links runter. Die Straße sieht frei aus. Auch da habe ich hinter Fahrzeuge von uns gesehen, was mir Sicherheit gegeben hat. Dass dort unten also nicht unbedingt Feinde sind. Das muss nicht der Fall sein. Die können auch ruckzuck überrannt werden. Aber für mich war es dann der Punkt, okay, da oben ist ein Fahrzeug safe, weil es auf der Karte auch markiert wurde. Also fahre ich da. Jetzt gucken. Ich habe gesehen, der M6 fährt sowieso zwischen die Häuser. Da kann ich ihm nicht helfen. Er brennt. Das heißt, er wird beschossen. Er wird auch, glaube ich, sogar von dem beschossen, auf den ich da gleich treffen werde. Ach nee, stimmt nicht. Da ist ja noch einer. Und da habe ich ein KV-1 gesehen. Was ich jetzt gemacht habe, war erstmal ein Reflexschuss. Einfach um ihn auch so ein bisschen unter Druck zu setzen. Ich wusste, dass ich hier nicht pennen kann, weil ich sowieso den falschen Munitionstypen geladen hatte. Habe jetzt den anderen Munitionstypen geladen. Habe leider ein bisschen unglücklich getroffen. Ich habe eigentlich so links und rechts auf die Wangen vom Turm gezielt. Das ist nämlich so ein Punkt, wo ihr ihn durchaus durchschlagen könnt, wenn ihr gut trefft. Und da hat irgendjemand ein Volltreffer gelandet. Das muss das Munitionslager gewesen sein. Für mich eine feine Sache. Der Gegner war raus. Also vorwärts. Ich wusste, dass ich jetzt diese Ecke da pushen will, weil ich mit dem Fahrzeug die Mobilität habe, um rechtzeitig an der Ecke zu sein, bevor zum Beispiel ein anderes Gegnerfahrzeug dort in Ruhestellung beziehen kann, wie er das getan hat. Weil er eigentlich hinter diesen Bügeln sehr gut gestanden hat. Vor allen Dingen hat er auch seine Panzerung dahingehend gut eingesetzt. Er hatte seine Wanne angewinkelt. Yep. Da ist meine Munition hängen geblieben. Und er hat versendelt. Ich habe ihn leider auch nur nie im Schutzverschluss beschädigt. Und ich ziehe. Ja, da habe ich auch hingezielt, aber ich habe gehofft, dass er pennt. Hat er leider nicht getan. Jetzt ziehe ich. Wie beim... Ja, damit habe ich ihn auch weggezogen. Das war wie beim KV-1. Das habe ich praktisch beim KV-1 auch versucht. Aber bei ihm stand ich so nahe dran, das konnte ich quasi nicht versauen. Da konnte ich nicht daneben schießen. Da ist auch wieder unser Kumpel mit dem M6. Unser Freund mit dem M10. So, jetzt haben wir nachgeladen. Und wir sehen hier... Oh. Wo willst du denn hin, Kollege? Nope. Durchbruch die Nye. Und... Ja. Nach diesem kleinen Kill war ich ein bisschen erfreut über die Anzahl von Kills, die ich bisher bisher hier auch hatte. Und habe beschlossen, okay, das treiben wir weiter. Jetzt habe ich überlegt. Hm. Unterstützt du ihn? Ich habe an diesem Punkt wirklich erstmal gewartet, wie weit er fährt und ob er beschossen wird. Aber dann... Hat sich da jemand bei mir gemeldet? Ah. Daneben. Oh, Bombe. Da fahren wir besser nicht hin. Dann unten. Aber doch oben. Das war ein Fehler. Den Schuss habe ich klar versemmelt. Ich hätte den Panzer an der Stelle schon töten können. Auch das war eigentlich wieder ein Fehler. Ich wurde hier ein bisschen nervös. Und wieder ein sicherer Schuss. Das ist also ein Schwachpunkt von den frühen T-34 Modellen. Generell diese kleinen Turmbacken neben der Kanone, links und rechts, das sind gute Ziele. Wenn ihr so dicht dran steht, nehmt euch die Zeit, nehmt euch die Ruhe, zielt da drauf, schießt da rein. Das war schon der zweite Panzer, den ich da mit einem Schuss weggezogen habe. Ähm, bei dem Panzer kommt auch dazu, dass die Munition auch wirklich sehr, sehr gut ist. Der Panzer kommt natürlich als Premium-Panzer, ähm, schon voll gespeckt, ihr müsst da nichts mehr forschen. Und wenn ihr nachher die T-Tree-Variante habt, dann habt ihr davon quasi zwei sehr gute Panzer. Zum Preis von einem quasi. Ja, ich habe ihn wirklich nicht gesehen. Ich habe ihn wirklich nicht gesehen. Jetzt habe ich ihn gesehen. Ich habe ihn die ganze Zeit wirklich übersehen. Weil das Ding einfach nicht aussieht wie ein Panzer. Das war der nächste Kerl. So. Also wie gesagt, das ist ein Panzer, der sich lohnt. Sowohl im T-Tree, ja, als auch wenn ihr sagt, ihr gebt Geld fürs Spiel aus, äh, für den Panzer. So, jetzt habe ich gedacht, ich kann ihm so ein bisschen den Hintern retten. Ah, da habe ich kassiert. Und jetzt kommt ein Skillschuss. Das war die einzige Stelle, wo ich ihn penetrieren konnte. Und das wusste ich. Die angewinkelte Panzerung, da wäre mein Schuss niemals durchgegangen. Tja, jetzt stand ich hier. Reparieren. Ich hatte also erstmal ein bisschen Zeit, mir so ein bisschen Überblick über die Karte zu verschaffen. Und, ja. Erstmal passiert nicht viel, außer, dass ich den Panzer repariere. Und ich war an dem Punkt übrigens schon heilfroh, dass ich den Panzer gekauft habe, weil ich wirklich super, super glücklich war, wie sich das Fahrzeug spielt und, äh, handelt. Es ist sein Geld absolut wert und wirklich ein Premium-Panzer, wo ich sagen kann, okay, das kann man sich holen, dafür kann man das Geld ausgeben. Wenn man sich Golden Eagles kaufen, das Fahrzeug dann in-game, äh, in seine Garage stellen, weil es performance-technisch mit seiner Panzerung, seiner Munition, die Kanone ist okay für die Tierstufe, ähm, ein wirklich tolles Fahrzeug ist. Und, ja. Wir sind jetzt hier so ein bisschen schon bei, äh, den Spawn zu campen. Ah, da haben wir also das nächste Fahrzeug. Oh, kleiner Bug im Replay. Ja, da haben wir wieder, unser Freund mit dem N6. Und noch ein Treffer. Wir schießen das Ding langsam zum Krüppel. Und jetzt warten wir einfach darauf, dass die nächsten Leute spawnen. Den habe ich tatsächlich da an dem Punkt noch nicht gesehen. Jetzt habe ich gedacht, naja, okay, vielleicht kommt was von rechts, muss ich ab sichern und, oh, wen haben wir denn da? Zu allererst mal das Flaggfahrzeug ausgeschaltet und dann den Panzer aufs Korn genommen. Ah, das war zu tief. Leider unglücklich die Kette getroffen. Dadurch, äh, konnte die Granate nicht mit der Seitenwand connecten. Also nochmal. Ah, ganz knapp. Ganz knapp. Da wollte ich hin. Aber das wäre auch fast wieder daneben, ja. Das hat man gesehen. Der T-50, jetzt habe ich ihn gesehen. Kein Hindernis für meine Panzergranate. Nochmal durchgeschossen. Panzerung. Äh, Panzerung geschlagen. Ja, und an dem Punkt läuft das Battle also langsam aus. Wir sehen, die haben fast keine Tickets mehr. Der Gegner konnte uns an diesem Punkt nicht schlagen, nicht besiegen. Und ich denke, es unterstreicht auf jeden Fall, wie gut dieser Panzer tatsächlich ist. Also wie gesagt, ich kann euch das Fahrzeug empfehlen. Das ist ein super tolles, kleines Gerät, was sein Geld wert ist. Er hat gute Panzerung, gute Mobilität und eine gute Kanone. Und ist auch für jeden Anfänger gut und leicht einzusetzen. So, und jetzt kommen gleich noch die Ergebnisse von der Schlag. Ja, und hier haben wir noch die Kampfauswertung. Wie wir sehen, sind wir Erster in unserem Team. Wir haben Zusammenarbeit mal 1, Abschuss-Hilfs-Serie mal 3, Doppelschlag mal 2, einmal Adamant, viermal Panzerretter, achtmal Profi, Dreifachschlag, entscheidender Schlag, Überlebenskünstler, die beste Staffel und Stahl-Koloss. Wie wir sehen, haben wir ohne Premium 46.000 gut gemacht. Wir haben dafür 3.200 Erfahrungspunkte erhalten. Wir sind Bester im Team mit acht Kills, nicht einmal gestorben und drei Abschuss-Hilfen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir noch ein Like da. Und wenn ihr es nicht je schon getan habt, abonniert meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.